Hallo und herzlich willkommen zurück zu We Happy Few und dem Beagle. Wir sollen uns eine Adresse suchen. Unter F. Also der Constable ist hier jetzt relativ easy going. Und da sollte ich das nicht machen. Tja, ich würde sagen, das war relativ einfach. Einfacher als... Hab ich jetzt genug? Oh, ich hab genug. Guck mal, Leute, wir können jetzt was ganz, ganz Geiles machen. Yes! Und jetzt störe ich das nächste Das hier an, damit ich weniger Schaden kassiere. Ist das jetzt nur ein Ladebildschirm, oder? Nee, ist es aber... Oh, ich bin zu voll. Es geht aber schnell hier zu voll zu sein, ne? Dammit. Jetzt kann ich den wegschmeißen. Hm. Auf jeden Fall das hier. Ich hab fünf Feldflaschen. Ach. Komm, das ist nicht so viel. Was ich zu viel hab. Ich hab Flaschen zu viel. Also spätestens nicht alle Flaschen, die ich hab. Ja. Die hat er alle mit sich rumgetragen, Leute. Alle miteinander. Jetzt muss ich aber da raus und das ist Nacht. Das ist ein bisschen Shit, ne? Ich komm gar nicht hier raus. Und jetzt? Kann ich mich irgendwo hinsetzen und warten? Ach, will ich, ne? Oh, ich kann. Aber kann ich auch wieder mal. Ich darf aber nicht warten. Also... Hm. Karte. Wo muss ich denn da hin? Habe ich überhaupt ne Quest ausgewählt? Weiß es nämlich nicht. Ja, hab ich. Aber ich find sie gerade nicht. Gut. Da hinten. Da muss ich ja doch über die Brücke. Da würd ich sagen, geh ich jetzt erst mal zum Schutzraum zurück. Und dann kümmere ich mich um die Brücke. Ja, du hast schon wieder zu viel in der Tasche, ne? Wie kann das eigentlich sein? Ich will das Metall nicht wegschmeißen, ehrlicherweise. Vielleicht genau so viel, dass ich nicht mehr... Na ihr? Ist falsch. Er kommt einfach ran. Nein! Oh, tschüss. Dann warten wir jetzt bis Tag ist und dann schauen wir mal. Vorher geh ich aber hier an den Kasten. Nach dem hier. Ins Inventar. Packen darf man nicht was weg. Weil ich muss sagen, so viel stelle ich gar nicht her, wie ich finde. Ich glaube, ich brauche einfach mein Leben lang in diesem Spiel kein, kein, ähm... Ich hab'n Haufen Dietrich, ja. Ich hab'n Haufen Dietrich, ja. Was ist das denn, Kursschließer? Gibt's das? Keine Füße. Mal noch einen zum tiefflaschen. Dann hätte ich da. So, damit es mir jetzt ein bisschen leichter fällt da draußen. Dann schauen wir mal, wie wir über diese Brücke kommen. Weil da muss ich ja wohl drüber, wenn ich... Wenn ich da hin möchte. Hier, ne? Zu dieser Brücke muss ich... Einen anderen Weg sehe ich nicht. Das heißt aber auch, ich muss theoretisch diese Quest hier machen. Jemand, da muss Bobby hier... Ah, ganz schön. Vorm Club, wo er bestraft wird. Wenn ich seine Richtung... Okay, jetzt nehme ich das hier. Ich dürfte jetzt rennen ohne Schwierigkeiten, ne? Ah. Rennen darf ich jetzt ohne, dass jemand misstrauisch wird, ne? Ja. Sehr schön. Schiet. Schiet, sagt er Schiet. Der Reform Club. Das ist, wo der Mann sollte, dass er spankt, ist, nicht? Der, der mit den Kredenzen, um den Brücke zu Lutz Hall. Ich habe das wahrste Gefühl, über diesen Ort. Ich glaube, ich sollte zurückkommen. Vielleicht nicht während des Tages. Ich kann ihn nicht warten. Wie nervig! Das ist wirklich nervig, Leute. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir sind zu uns keine Questen mehr, außer die da hinten eventuell. Die Pleasy-Brücke. Dann gehen wir mal dahin zu der Pleasy-Brücke da. Und gucken uns an, was die von mir wollen. Keine Metallteile mehr. Ich habe so viele Metallteile. Toll, ich bin extra bis morgen umgeschwungen. Ich bin überrascht, wie wenig Konsequenzen es hat, dass ich ohne Joy rumlaufe. Da habe ich mit mehr gerechnet. Den Constable interessiert sich jetzt auch nicht mehr, aber ich die Fähigkeit genommen. Beste Fähigkeit einfach, Leute. Ja? Macht nichts. Wo bin ich denn hier? Auf einem guten Weg. Selbst umrennen macht schon gar nichts mehr. Ja, okay. Ich habe halt jetzt den ganzen Tag Zeit. Bloody hell. Oh, bloody hell. Oh, bloody hell. Bloody hell. Bloody hell. Was passiert denn eigentlich, wenn ich... Ich würde so gerne wissen, was passiert, wenn ich mein Gedächtnis verliere. Weil für bestimmte Sachen muss ich halt meine, ähm, Pille nehmen. Vielleicht sollte ich da ein bisschen sitzen. Er hat keine Ausdauer. Junge. Was geht bei dir? Ja. Zellulär. Dreckige Verbandenteile. Scheint, dass man nur alles nehmen kann, aber nicht. So, jetzt schauen wir mal, was hier ist. Please. Please, die Brücke. Es ist Bobby. Lucy. Constable. All right. Ja, right. Everything's right, this Bobby. Come on. I'm sorry, Sir. The bridge is not currently functioning properly. Best come back in a few days. I know. I'm here to see what's wrong. Are they sending random citizens to make repairs to vital transportation links, then? Pull the other one. No, 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 no. Come back in a few days and the council workers will have this all sorted. Well, that constable wasn't wrong. They don't seem to be letting anyone across. But is this not Bobby? Strange how everyone looks the same. I wonder if that's just a side effect that's stuck. I'm sorry, Sir. The bridge is not currently functioning properly. Well, that constable wasn't wrong. They don't seem to be. Yes, sir. Then, I'm here to decide why I want to walk around the street from the hall. Why am I not as long as I do here? I am here to stay here, and I can stay here just to stay away. Oh. Oh. Well. wie komme ich denn da rein also ich meine das ist sehr auffällig was ich hier tue kann ich mich nirgendwo hinsetzen und warten warum konnte ich das auf der einen brücke nicht tun oh ja ich kann mal den marker hier weg noch was das denn bobby sprechen ja gut aber da ist kein bobby für mich dann gehen wir doch zu dieser quest und ich guck mal was passiert wenn ich da durch diesen mit diesen dings gehen wieso wirst du immer alles lachen kumpel das geht so nicht das ist jetzt häng ich hier wegen dem spiel im generellen das ist jetzt auch witzig wie du siehst kannst du das da ist die kirche ach so dass ich hier zwischendurch lade sachen habe ist ein bisschen ärgerlich finde ich ehrlicherweise bin aber fast da ne ja ich bin fast an der kirche gut dann schauen wir mal hier noch also passiert hier gar nichts ich mag aber joy nicht nehme ich habe schon neun prozent gedächtnisverlust verlos iness is a choice so someone's finally made a religion out of Simon says well I suppose they all are really wait a second the winner gets a medal unless suspicious looks like that you can trust the man who wins at Simon's Das wird nie funktionieren, Arthur. Du bist gegen die Leute, die ihre Leben zu Simon Says geben. Du musst sehen, wer gewinnen, und dann nehmen die Medle von ihnen. Das ist ein Plan, glaube ich. Sind Sie hier für Simon Says? Entschuldigung, mein Lieber, wir sind voll auf. Warum kommen Sie nicht nächste Woche zurück? Oh, wenn Sie Nik Lightbearer sehen, würden Sie ihn wissen, dass wir ihn warten? Wir warten auf ihn. Wir warten auf ihn so lange. Er sollte den Tune nennen. Wie viel hat mich das jetzt gekostet? 18%, immer 9% Gedächtnisverlust. Das ist ja bitter. Die Arme, wie er die macht, auch nicht schlecht. Das ist mit Joyce einfach bitter, ne? Ich habe aber gar keine Lust, gleich nochmal Joy zu nehmen. Ich nehme mal an, dass ich dann halt Game Over gehe, wenn ich... Ähm... Wenn ich... Na, was heißt, wenn ich, wenn ich hier halt... ...zu viel Joy nehme, ne? Oh, wow. Hier nix rausgegangen von... Joy lassen gleich nach. War gut, ne? War gut, ne? Oh, das ist ein Killier. Ähm... Hier. So, ne? Ähm... Ach du Scheiße. Was ist denn da? Ähm... Ähm... Ach, ich kann mich nicht verstecken, ob ich gesehen worden bin. Ach, ich kann mich nicht verstecken, ob ich gesehen worden bin. Ähm... Warum geht das nicht? Manchmal schockt mich dieses Game auf so vielen... ...Ebenen. Warte mal, wir haben jetzt so lange gewartet und die sowas... Wie viele Leute? Warte mal, wir haben jetzt so lange gewartet und die sagen. Was prize wants? Okay. Fuh. Mensch. Schön. Die sind alle aber jetzt relaxt, ne? Nur der Constable da vorne ist noch nicht so relaxt. Ja, gut. So. Mausetotter... was? Ist das noch ne Quest? What happened to him? Oh, I'm not quite sure. He's been a solid citizen long as I've been on his beef. I think today he's gone on about leaving Hamlin, waving around a suitcase like a rotten downer. Well, we can't have that. Don't know where he thought he was going. Nobody goes to the Garden District don't have to. Maybe he had relatives across the bridge? That's right. There's been an outbreak of relatives across the bridge. Has there been an outbreak of downers? Er, no. Of course not. There's nothing to worry about. Well, that's a relief. I'm sure the joy is just as good as it's ever been. Each batch just gets better and better. You keep taking it. It'll take care of you. Okay. 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 aki ich habe aber noch zeit also also zeit im sinne von 21 uhr haben und ich zu der bar gehen möchte hier hätte ich direkt natürlich einfacher gewesen alarm aktivieren aber irgendwo muss ich wo klettern können was woken up here munchkins das ist es mir nichts gebracht hat Oh nein, was denn? Ja, ja. Das ist der Mann, der steht. Oh, gut von mir aus. Dann warten wir jetzt noch einen Moment. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!